Und ich will die Bille Rupnicka von der Jagerstunde im Radio zurück. Der hat einige Biermann rausgekommen. Brennen tut's. Am Heiligobend läuft der Herr ein Bierle zu der Feuerwehr. Herr Hauptmann, schreit's noch mehr zu rennen. Bei uns, bei uns, der Amt durchs Brennen. Herr Hauptmann, gleich Alarm gepfiffen und eilig noch in den Halm gegriffen. Schnell ruft's Bierbeln, ganz nahm, eine halbe Stunde, dann seht's nicht so. Nach der Adresse braucht keiner fragen, weil's Bierbeln sitzt ganz vorne am Wagen und sagt zu sehen, wo hin es geht. Da sind wir, ruft's, der Wagen steht. Er haut sich da allein weg um, der Hauptmann steht und schaut ganz dumm. Schaut hin und her, schaut um ein Land und sieht kein Feuer nicht, kein Grund. Zum Bierbeln am Wagen da nichts zu erkennen. Jetzt sag einmal, wo tut's denn Brennen? Das Bierbeln rupft schnell auf die Seiten und schreit zum Hauptmann von der Wagen. Wenn er ins Haus, da siehst, wo's brennt, die Kerzen, die am Christbaum sind. Ui, der ihn noch, hat ihm da wischt und noch ein richtig zu war gefischt, aufs Hinterteil losgeloschen, als hätte er dort ein Feuer geloschen. Und wie der Hauptmann fertig war, schaut das Bierbeln seelig ganz und gar. Den lad er an und hat nicht gewarnt. Hat gleich so einen Hauptmann raufig gemeint, am Morgen oben fahren mit Elch, das war mir schönstes Weihnachtsgeschenk. Du bist so lehrig Aberlens quatre Weg carbons! Das povo hat es immer noch nicht nur jetzt mit Been habll着 für 가지 St досken. Du bist so grit, bist so geschlapp und bist so glatt. Aber dann geht's jetzt auch noch einmal hoch. Und wenn wir da sind dann auchPP정, Vielen Dank.